Hit ist wirklich rausgeflogen, aber dazu mehr in dem eigentlichen Review. Freezer hat Goku tatsächlich geholfen. Die letzte Folge hat damit geendet, dass Freezer einen Keyblast auf Goku gehalten hat. Und ich habe mich da in dem Review ja gewundert am Ende, was Freezer denn wohl vorhat. Und so wie es aussieht, wollte er ihn gar nicht schaden, sondern ihn nur benutzen. Ja klar, er hat ihm Energie gegeben, aber mit dem Hintergedanken, den er auch geäußert hat, dass A, jetzt alle Schulden beglichen sind und B, er brauchte wen, der sich um das Monster Chiren kümmert. Das würde eigentlich bedeuten, dass er zugibt, dass er erstens keine Chance hat und zweitens er erwartet, dass Goku eine Chance hat, ihn sogar besiegen könnte und demnach Goku stärker als Chiren ist. Jedoch hätte Freezer dann doch keine Chance mehr gegen Goku, wenn das wirklich der Fall sein sollte. Somit, wenn dann Freezer wiederbelebt wird durch die Dragon Balls, was ja auch in Frage gestellt werden könnte, ob das denn wirklich möglich ist, hätte er dann keine Chance gegen Goku. Wobei Ultra Instinct ja nicht limitiert ist auf Saiyajins, sondern auch etwas ist, was die Götter anwenden können und unter Umständen sogar Chiren hat. Und das zweite Freezer ist ja, wie wir wissen, in der Lage, ein Power-Up zu bekommen, sogar ziemlich stark, wenn er nur ganz wenig trainiert oder auch durch ein mentales Training in seiner persönlichen eigenen Hölle. Was bis heute für mich nicht wirklich sonderlich viel Sinn macht, wobei man Chiren in die ganze Sache mit einbindet, macht also etwas mehr Sinn, ist aber trotzdem noch ein bisschen so naja. Denn wenn man sich den Kampf anschaut zwischen Hit und Chiren, der eigentlich bis auf einige Schläge und Taktiken von Hit ziemlich einseitig ist und für Team Jack Norris, äh, Team Chiren ist, und wie wir alle wissen, hat Chiren eine extreme mentale Stärke und scheint sein Training eigentlich nur mental zu machen. Was auf der einen Seite okay ist, sein Dragon Ball mit Key und mit Fliegen hat als sehr viel mit der geistigen Einstellung zu tun, mit der mentalen Stärke, dass du mit deinem Geist deinen Körper stärkst. Aber wenn man sich Dragon Ball so ansieht, war es auf der anderen Seite auch immer sehr, sehr kampflastig und sehr trainingslastig. Man hatte in dem alten Dragon Ball das Training von Muton Roshi, was ich absolut genial fand und als Kind auch immer wieder gerne machen wollte. Und wenn ich ehrlich bin, zum Teil auch ein bisschen versucht habe nachzumachen, als ich als kleiner Mai Tai Dragon Ball nachgeeifert habe. Auf jeden Fall finde ich es ja schon ein bisschen ein Zwiespalt und dass die eher mehr Richtung Mental geht, was vielleicht auch okay ist, vor allem wenn man bedenkt, dass spätestens nach der Freezer-Arc in Dragon Ball Z Kampfkraft, Power-Levels einfach nur noch Schwachsinn war und keinen Sinn mehr gemacht haben. Dass man da jetzt immer mehr auf die mentale Stärke eingeht und dass es eben das ist, was den Kriegern in der Serie Selbstvertrauen gibt, in die höchsten Höhen bringt, sodass sie niemals aufgeben und dass sie eben die Dragon Balls Macht verleihen. Und ja, das war jetzt eine Anspielung auf den zweiten Dragon Ball Z Opening Song. Habt ihr es gemerkt oder nicht? Lasst es mich wissen unten in den Kommentaren und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr mir gerne noch ein Abo dalassen, damit ihr nichts mehr verpasst. Was ich noch erwähnen möchte, bevor ich zu dem Kampf zwischen Shiren und Hit komme und in etwas im Detail beleuchte, ist diese kurze Zwischensequenz, den Kampf, den wir zwischen Vegeta und Ribriane hatten. Ich hoffe, dass da mehr kommt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber finde ich, ist Ribriane im Moment einfach nur komplett ausgelutscht und langweilig. Und was ich aber hinaus möchte und ziemlich genial fand ist, mal wieder die Parodie von Shonen Eyes von Magical Girl Animes. Denn wir haben diese kurze Szene, wo Ribriane von Vegeta einfach nur fertig gemacht wird. Rosie dann daherkommt in letzter Sekunde, um ihr zu helfen. Und Ribriane eigentlich merkt, verdammt, wir haben keine Chance. Wir verlieren vergleichsmäßig immer mehr Leute und sind sogar ziemlich schwach. Und dann kam aber von Rosie dieser typische, standardmäßige Sailor Moon Pep Talk im Sinne von, wir dürfen nicht aufgeben, Liebe ist alles, was zählt und Liebe da und Liebe dort und Arme oben, Arme unten, rechts, links, oben rechts, oben links. Nein, doch, irgendwie schon. Auf jeden Fall eben das Ganze hin und her. Und das war wirklich, ich fand es genial, weil ich habe als Kind mir Sailor Moon angesehen und das jetzt mal bis zu einem gewissen Grad wieder parodiert zu sehen, vor allem in Dragon Ball. Da es ja nicht so oft vorkommt, dass Goku und Sailor Moon gemeinsame Sachen machen. Aber vielleicht war ja das Einbringen von Universum 2 genau der Grund. Aber nun mal zum Main Event der ganzen Folge. Jiren vs. Hit. Und ich habe am Anfang schon einiges dazu gesagt, aber es sind einige Sachen noch aufgetreten, die ich erwähnen möchte. Hit wendet ja seine Trumpfkarte, den Timeskip, mit Jiren an und es hat keine Wirkung. Er kann sich extrem daran anpassen. Was mich umso mehr in der Teorie bestärkt, dass Jiren, sollte er diesen Ultra Instinkt haben, in der Lage ist, sich anzupassen. Den Goku kann es in seiner Ultra Instinktform ja auch. Wobei das auch nur eine Gewöhnungsphase sein könnte, bis er in der Form drin ist. Aber Jiren kann sich eben an Hit anpassen, schafft es dem Ganzen sogar ziemlich gut auszuweichen, somit wendet Hit dann seinen letzten Move an und schafft es, nachdem sich alle anderen gewundert haben, was Hit plus vorhat, warum einer wie er dieselbe Attacke immer und immer und immer wieder verwendet, ohne die zu ändern, wenn er merkt, dass die ihr eigentlich nichts bringt. Und er macht, dass er mit der Jiren einfrieren kann, dass der in der Zeit gefangen ist. Und er beschmeißt ihn sogar bis zur Kante vom Ring, aber leider nicht runter. Und ja, ich hätte es gefeiert, wenn Hit Jiren besiegt hätte, aber dann hätte es ja wiederum für Goku keinen Grund gegeben, sich weiter zu entwickeln, weil er die Top-Motivation, der Top-Bösewicht, wenn man so meint, der Arg, dann weg wäre. Und er muss ja, wie soll es denn anders sein, für Goku bestimmt sein, ist mal meine persönliche Meinung, wobei ich mich durchaus noch immer darauf freue, denn die Möglichkeit besteht noch. Denn der Jiren sagt ja, dass jetzt die Hälfte des Turniers vorbei ist. Somit würde noch immer eine Chance für Gogeta bestehen. Würden Goku und Vegeta miteinander fusionieren? Und ich würde es sowas von extrem feiern, wenn es wirklich kommt. Ich bezweifle es, wobei die Frage wäre, hätte Gogeta eine Chance gegen Jiren? Wenn ihm der Ultra Instinct fehlt, würde ich jetzt mal auf Nein tippen. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Auf jeden Fall, um zur Folge zurückzukommen, Jiren schafft es sich daraus zu befreien, denn wie Varos angemerkt hat, selbst Zeit ist für Jiren kein Hindernis. Und er schafft es dann mit einem einzigen Hit, ha, Wortspiel, Hit, aus dem Ring zu befördern. Und was ich wirklich interessant fand, und wirklich Props an Jumper geben muss, er hat Hit tatsächlich gelobt. Er hat ihn nicht hintergemacht, er hat ihn nicht fertiggemacht, weil sie durchaus von Jumper, als auch von Beerus, die Standardart ist, einfach Leute fertig machen, wenn sie schlecht sind. Auch wenn die beiden es unter Umständen gar nicht selber reißen könnten. Denn wenn wir davon ausgehen, dass Jiren mindestens genauso stark ist wie ein Gott, da hätten die wahrscheinlich ordentlich Probleme, würde sich Jiren gegen sie stellen. Aber eben, Jumper reißt sich zusammen? Oder vielleicht meint er es auch ernst. Wobei es gibt diesen klitzekleinen Moment, wo ich mir nicht sicher war, ob er jetzt wirklich anfängt, ihn anzuschreien, oder ihm doch gut zuspricht. Zum Glück hat er aber das zweite gemacht, und das fand ich extrem toll. Da gab es eine Charakterentwicklung, obwohl er jetzt wohl merkt, dass sein Universum im Nachteil ist, weil der womöglich beste Krieger aus seinem Universum eliminiert wurde. Wobei man eben auch dann dazu sagen muss, einfach von einer reinen Storyline-Perspektive, wir hatten das Turnier von Universum 6 gegen Universum 7, wo Hit eine relativ große Rolle gespielt hat, und Goku ja da das erste Mal die Kao Ken plus SS Blue angewendet hatte. Und wir hatten diese kleine Mini-Arc von Goku und Hit, wo Goku ja indirekt Hit angehäuert hatte, um stärker zu werden. Also von daher macht es Sinn, dass man ihn nach einem extremst epischen Kampf mal auf die Ersatzbank setzt, wortwörtlich. Nicht zur Folge scheint ja etwas Kaber und wie GT-intensiv zu sein, mit auch ein bisschen Freezer. Na gut Leute, das war's mit dem Review. Danke fürs Ansehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch noch gerne einen Daumen nach oben da, sowie einen Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und sofort benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video rauskommt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.